Willkommen zu einem weiteren informativen Informationsproduktplatzierungsvideo in Zusammenarbeit mit den Jungs und Mädels von Shakes & Fidget. Link dazu in der Videobeschreibung, dort gibt es derzeit einen legendären Dungeon. Gameplay dazu seht ihr im Hintergrund. Jeder Klick auf den Link unterstützt mich. Ansonsten bewerten und kommentieren, so könnt ihr mich immer am allerbesten supporten. Apropos Werbung, eine Sache muss ich noch machen. Und zwar möchte ich nochmal hier meinen Zweitkanal bewerben, weil ich immer wieder Fragen bekomme mit Warum spielst du nicht Contraband Police? Wann kommen mal wieder Indie-Horror-Games? Und so weiter und so fort. Contraband Police habe ich zum Beispiel auf dem Zweitkanal schon komplett durch Let's Played. Könnt ihr euch dort angucken. Ich habe auch dort Indie-Horror-Games immer im Einteiler. Also ihr müsst da nicht irgendwie zwei, drei Folgen angucken, sondern ihr könnt das ganze Spiel am Stück euch reinziehen. Und in der Zeit mein absolutes Favorite-Game. Dredge ist in Deutschland noch nicht so auf dem Schirm der meisten Gamer, aber in Amerika oder in dem internationalen Bereich, im Englischen, ist das ja eine Riesennummer. Und es ist auch wirklich ein großartiges Spiel. Davon könnt ihr euch auch dort schon drei Folgen direkt reinknüppeln und die gehen sogar zwei Stunden. Es ist nicht nur Livestream-Content, sondern es sind auch Videos, die extra für den Zweitkanal aufgenommen wurden. Ganz normal, wie ein klassisches Let's Play. Auch die Aufnahmen im Stream versuche ich immer so zu gestalten, dass es nicht nur Live-Content ist, der hochgeladen wird, sondern dass er auch für YouTube bestmöglich funktioniert. Also so mal als kleine Information für euch hier draußen, dass es halt auch noch einen Zweitkanal gibt, wo es auch noch jede Menge Videos und coole Projekte gibt. So, jetzt fangen wir an mit dem heutigen Video. Es gibt einige Infos. Es geht um Management Instinct. Dazu gab es sehr viele Fragen. Ich möchte ein bisschen was dazu beantworten. Ganz kurz nochmal eine Sache zu Kreis. Ein kleiner Nachtrag, den ich auch noch beantworten möchte. Ist aber nichts Großes. Ja, für alle, die jetzt hoffen, dass hier ein bisschen Beef und Gossip kommt. Nö, ist es nicht. Und dann geht es um die nächsten Projekte. Und zwar Dead Island 2 auf dem Hauptkanal natürlich. Und Star Wars Jedi Survivor auch auf dem Hauptkanal. Gut, fangen wir an mit Instinct, mein neues Management. Dort bin ich seit dem 01.03.2023. Instinct 3 ist besonders bekannt geworden durch Hand of Blood, weil der hat ja einige Informationen schon dazu geteilt. Und er hat ein Roomtour-Video gemacht durch die Büroräumlichkeiten von Instinct. Und hat auch in diesem Video ja erklärt, dass Instinct eben nicht nur die Hand of Blood Bubble ist und dass sie natürlich auch andere Creator aufnehmen, suchen und eine ganz normale Management-Talent-Creator-Agentur sind. Das bedeutet also, nur weil du bei Instinct 3 mit an Bord bist, heißt das nicht, dass du automatisch jetzt ganz viel Content mit Hand of Blood machst, dass du bei Hand of Blood irgendwie auf dem Kanal nächste Woche bist und dass eben diese Leute aus der besagten Bubble jetzt deinen Kanal, deine Reichweite verwenden, um sich selbst irgendwie zu pushen. Ja, so ist es in keinster Weise. Es ist eigentlich genau andersrum. Und zwar, es ist ja ein Management und nicht ich arbeite für das Management, sondern das Management arbeitet für mich. Was machen die so für mich? Die machen unter anderem, dass ich bessere Kontakte zu Publishern habe, zu anderen interessanten und relevanten Kontakten aus der Gaming- und Computer- und Videospielbranche. Ich möchte, dass ich zum Beispiel auch weniger Stress selber mit YouTube habe, also sie können zwar nicht vermeiden, dass die Videos gelb ab 18 oder gesperrt werden, aber sie können halt mit YouTube ins Gespräch gehen und dann verhandeln, dass YouTube seine Entscheidung überdenkt. Also Dinge, die ich eigentlich jetzt quasi jede Woche zweimal mache und so weiter und so fort. Merchandise ist zum Beispiel auch noch im Gespräch, dass sie mir helfen, Merchandise zu machen für die Leute, die da draußen endlich Merch kaufen wollen. Das sind so Dinge, die sind im Hintergrund in Planung und natürlich Instinkt hat Möglichkeiten, sei es durch Hand of Blood oder durch andere Kontakte, dass man natürlich auch irgendwie vorankommt. Damit meine ich, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Event ist, wo man ein Spiel anzocken kann, die E3, klar, jetzt wurde sie wieder abgesagt, die Gamescom oder andere wichtige Dinge, wo es sich lohnt hinzugehen, dass man halt dann die Möglichkeit hat, da Kontakte hinzuhaben und da vielleicht dann auch sich ein Platz ergattern kann, ja. Also eigentlich das, was auch alle anderen Managements in diesem Bereich machen. Zum Thema, ich müsste dann irgendwie Sachen annehmen und um jeden Preis will Instinkt an mir Geld verdienen, ist auch nicht so. Und zwar, wenn ich, und das ist wirklich in jedem halbwegs seriösen Management so, wenn ich jetzt ein Angebot von Instinkt bekomme, es gibt wöchentliche Gespräche, wo eben so durchgegangen wird, was alles so ansteht, welche Firmen, welche Publisher Interesse daran hätten, mit mir zusammenzuarbeiten, sei es über eine Instagram-Werbung, eine YouTube-Werbung, eine Twitch-Werbung und so weiter und so fort. Dann wird das alles einem unterbreitet und dann darf man natürlich selbst entscheiden, was man davon machen möchte, woran man Interesse hätte und so weiter und so fort. Wenn die jetzt sagen, ey, wir haben da einen Flipflop-Hersteller, der möchte einen Instagram-Post und der möchte ein YouTube-Video bei dir, wo du seine Flipflops den Leuten da irgendwie anpreist und vorstellst und du sagst, ey, Flipflops sind überhaupt nicht mein Ding, dann sagen die, cool, ist notiert und fertig. Du wirst also zu nichts gezwungen, zu gar nichts, ne. Weil das haben auch einige Leute befürchtet. Aber das sollte in keinem seriösen Management so sein. Der nächste Punkt, ich wusste es nicht, aber die Leute sind heute alle sehr, sehr sensibel und zwar hat Hand of Blood wohl in seinen Videos gegendert. Ja, und Leute haben dann gemeint, ey, jetzt bist du ja auch in dieser Sphäre und dann fängst du an zu gendern und wirst politisch und bla, bla, bla und das verlangen die von dir. Nein, das ist auch nicht so. Das Thema wird nicht mal irgendwie angesprochen. Und keiner von diesen Leuten hat gesagt, ey, Kies, jetzt bist du ja bei uns, ähm, wäre nett, wenn du in Zukunft in deinen Videos gendern würdest, ne. Das wäre ganz nett und wenn du vielleicht auch noch politisch in die und die Richtung gehen würdest, damit wir uns hier alle verstehen. Also sowas gibt es auch nicht, ja. Es ist eine reine Verschwörungstheorie und ob ein Hand of Blood gendert oder nicht, ist mir völlig egal, ja. Solche Themen gehen mir wirklich am Arsch vorbei. Es ist einfach so. Ich kann über solche Themen nicht reden. Ich möchte über so Themen nicht reden. Ich muss nicht gendern und ich werde auch nicht gendern. Und alles andere, wie gesagt, ich möchte über solche Dinge nicht diskutieren, weil darüber wurde jetzt die letzten drei Jahre oder wie lange das jetzt schon alles geht, genug diskutiert. Es ist keine Anfeindung. Nur ich kann es nicht mehr, okay? Ich kann es einfach nicht mehr, Punkt. Ich möchte mich komplett enthalten. Fakt ist, du wirst nicht irgendwie überzeugt, indoktriniert oder irgendwas wird dir aufgebürdet, nur weil du in diesem Management drin bist. Dein Kanal gehört dir. Sei es dein YouTube-Kanal, dein Twitch-Kanal. Deine Entscheidungen sind alle deine. Du wirst in nichts in irgendeiner Form gezwungen. Ich hoffe, damit konnte ich einige verrückte Theorien aus dem Weg räumen. Ich meine, klar, die Leute, die an Theorien glauben wollen, werden jetzt sagen, naja, das haben sie dir auch befohlen. KeystoreInnen, das haben sie dir auch befohlen. Also, so ist die Faktenlage und warum ich das gemacht habe. Einfach nur, weil ich mich auch irgendwie weiterentwickeln möchte. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, ich bin erst einen Monat dort, aber vielleicht ist es ja eine coole Sache für neue Wege, neue Richtungen. Neue Vorteile für mich, Entlastung im Bereich, Kontakte pflegen, Keys organisieren und so weiter und so fort und YouTube, damit ich mich mehr auf Streaming und Let's Play-Erstellung konzentrieren kann. Deswegen habe ich das gemacht. Einfach, weil man immer offen sein sollte für Neues. Und wenn es nicht funktioniert, dann kündigt man einfach wieder und sagt, hey, war nicht meine Vorstellung, war nicht eure Vorstellung, die wir hatten. Alles cool, tschüss. Ja, so läuft es. Ist nicht so gigantisch groß und verschwörerisch, wie die meisten Menschen denken. Kommen wir auch direkt zur nächsten Verschwörungstheorie. Und zwar, es wurde ich auch auf Instagram ein, zwei Mal angeschrieben oder auf Twitch wurde es auch ein, zwei Mal in den Chat geschrieben. Es sind immer nur sehr wenige, aber ich antworte gerne darauf. Also, bei Instinct haben mehrere gefragt, aber jetzt die Frage waren eher weniger Menschen. Und zwar, ob das irgendwie mit Kreis in Verbindung steht, dass er hat jetzt aufgehört mit YouTube. Ich bin in einem neuen Management. Ob er da irgendwie ausgegrenzt wurde oder ob er da irgendwie von mir auf einmal eine Kündigung bekommen hat und ein Verbot bekommen hat. Sorry Kreis, jetzt, du bist mir nicht mehr gut genug. Verpiss dich. So Dinge eben. Und dazu kann ich auch nur sagen, ist auch natürlich völliger Schwachsinn. Ja, ich bin ja erst seit 1.3. bei Instinct. Kreis hat schon letztes Jahr, also ich glaube im November oder so ging das schon los, wo er gesagt hat, er möchte aufhören, wo er das öffentlich kommuniziert hat. Also, deutlich weiter vorne und Kreis seinen Kanal, er gehört ihm. Wenn er jetzt live gehen möchte, jetzt in diesem Moment und streamen möchte, dann kann er das tun. Er ist nicht von mir abhängig. Er hat keine Verträge oder sonst irgendwas, ja. Es hat nichts mit Instinct zu tun. Und die drei, vier Videos auf meinem Zweitkanal, wo ich mit einer Knu gestreamt habe, was auch schon alles weit vorher war, ne, die haben auch nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie Kreis auf mich böse ist oder sonst irgendwas. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt, es ist kein persönliches, privates Problem zwischen uns, sondern er möchte einfach kein YouTube mehr machen als Job. Ob er irgendwann wieder streamt oder ob er irgendwann wieder anfängt, Videos zu machen, ich weiß es nicht. Er ist ein erwachsener Mann, fragt ihn doch. Mein Gott, er hat da drüben einen Kanal, die Kommentare sind offen, ihr könnt hingehen und ihn alles fragen. Und wenn er euch eine Antwort gibt, dann gibt er euch eine Antwort. Ich bin auch nicht sein Sprachrohr. Das wollte ich nur nochmal erwähnen, weil es immer noch so belastend für die Menschen ist. Und hier nochmal ganz deutlich, er wollte nicht mehr. Es hat nichts mit mir zu tun, okay? Es hat nichts mit Instinct zu tun. Es gibt keine Verschwörungstheorie, ja? Gut, Thema abgehakt. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den Projekten im April. Im April kommt Star Wars Jedi Survivor. Ein Spiel, was keine Probleme auf YouTube machen wird, weil Star Wars ist nicht sonderlich extrem brutal. Es hat auch keine kontroversen Themen wie Sex, Drogen und Gewalt. Dementsprechend denke ich easygoing. Anders Dead Island, das hat nämlich all dies, Sex, Drogen und Gewalt. Und dementsprechend nicht so easygoing. Ich habe damals versucht, eine Preview zu dem Spiel hochzuladen. Und die wurde gesperrt wegen Verstoß gegen die Community-Richtlinien, punkto Gewalt und wegen Hassrede, keine Ahnung, wo die Hassrede war. Und dementsprechend war das Video weg. Bevor ich es überhaupt freigeben konnte. Ob ich Dead Island Let's Playen werde, ja. Ich werde es definitiv Let's Playen. Ob ich es Let's Playen kann, ist wieder was anderes. Ich werde es versuchen. Es wird Content geben. Wir werden es probieren. Wenn YouTube aber mir voll gegen den Karren scheißt, und es richtig problematisch wird und ich dadurch meinen Kanal in irgendeiner Form bedroht sehe, natürlich werde ich es dann nicht mehr weiter Let's Playen. Dann wird es die Alternative geben. Ich werde es auf Twitch streamen. Ich werde es streamen live auf Twitch, weil auf Twitch juckt das keine Sau. Was auch richtig so ist. Ich meine, Herrgott, es ist Dead Island, ja. Es ist Dead Island. Ich verstehe eh nicht, wieso da immer so viel rumgeheult wird. Wegen ein bisschen Gewalt. Ich meine, Kalisto-Protokoll, jedes Video gelb. Gar nichts. Nichts. Dead Space Remake. Nichts. Aber Dead Island, klar, es ist extrem brutal, aber Kalisto-Protokoll war auch abartig brutal. Und trotzdem hat es keine Probleme gemacht. Ich weiß nicht, warum YouTube sich wieder auf dieses Spiel so eingeschossen hat. I don't know. Aber Fakt ist, wenn es meinen Kanal bedroht, wenn es gar nicht geht, wird es auf Twitch gestreamt. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, aber sagen wir mal, es geht 20 Stunden. Dann nehme ich diese ganzen Streams, cutte die so zusammen, dass es ein wunderschönes, großes Video wird. Und dann könnt ihr diese 20 Stunden in einem Video euch reinziehen. Weil dann habe ich nur ein Video, das potenziell gefährlich ist, anstelle von 20, 30, wenn ich regulär Let's Player. Die Entscheidung, denke ich, kann jeder nachvollziehen. So, das war es mit den Themen. Also, ein bisschen aufgeräumt mit Instinkt. Ich kann noch nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich erst einen Monat dort bin für die Leute, die fragen, was kommt da jetzt, wie läuft das ab und so weiter und so fort. Ich bin selber noch in der Findungsphase, aber ich kann euch sagen, ich bin weder die Bitch von Hand of Blood, noch werde ich irgendwie indoktriniert oder muss gendern. Gut, das war's. Dankeschön. Tschüss.